Hallo, hier ist wieder Klaus von der älteren Generation der Babyboomer auf den WegesOnLive. Ich begrüße Sie auf dem Kanal RoVidu bei SIDA. Heute wieder ein Begriff des Tages. Heute soll es um die Adoleszenz gehen. Was ist Adoleszenz? Kommt wieder aus dem Lateinischen und bedeutet heranwachsen. Also ein Vorgang des Wachsens. Und zwar schließt sich diese Adoleszenz an die Pubertät an. Also so manche Autoren sagen so von 18 bis 21 Jahre alt oder bis 25 Jahre. Und in der Adoleszenz versucht der jugendliche Mensch sich an die Erwachsenenwelt anzupassen und seine Rolle zu finden, seine Identität zu festigen. Da gibt es verschiedene Wege zu hin. Manche sind schon sehr früh, wissen schon sehr früh, wo sie hinwollen und was sie machen wollen. Erlernen einen Beruf, um dann eine Familie zu gründen. Und andere gehen lange zur Schule. Da gibt es eine Phase, die nennt sich Moratorium. Und in dieser Phase versuchen sie dann, ihre Identität zu festigen und ihre zukünftige Rolle in der Gesellschaft zu bestimmen und zu beeinflussen. Also die Adoleszenz ist eine Phase, die jeder durchbrachte. Und in der wir entscheidend prägen, eine entscheidende Prägung erfahren, uns entscheidend prägen. Und sobald wir das natürlich beeinflussen können. Ja, soviel mal von mir, von Klaus von der Erdre Generation und Tschüss Leute.